Buonasera und einen schönen guten Abend live aus Mainz. Ich stehe vor dem alten Auktionshaus. Der Südwesten singt gemeinsam statt einsam. Das ist unser Motto. Heute Abend entscheiden Sie, was passiert. Heute Abend spielen wir Ihre Lieblingslieder. Sie entscheiden, was in diesen vier Wänden passiert und was Sie zu Hause sehen dürfen. Ich habe mir aber trotzdem erlaubt, ein paar Gäste einzuladen. Unter anderem live dabei Thomas Anders, Ross Anthony, die wundervolle Isabel Varel, dann Björn von Santiano, Marc Marschall, Eloy de Jong und klasse Bands wie Vox Club, Glasperlenspiel und Silbermond. Und ein Special Guest, auf den freue ich mich wirklich besonders. Samstag wurde er zum Superstar gekürt. Seine Single Eine Nacht ging heute von 0 auf 1 der deutschen Single Charts. Ein neuer Rekord für einen Schlagerkünstler und er will ganz hoch hinaus und da oben steht er. Ramon Roselli, schön, dass du da bist. Ich freue mich, danke schön. Sehen wir uns gleich drin? Auf jeden Fall. Und du singst für uns, versprochen? Ich verspreche es. Ramon singt, der Südwesten singt, dann kann es losgehen. Andiamo. Der Südwesten singt, der Südwesten singt. Live aus Mainz, der Südwesten singt. Und hier ist Giovanni Zarella. Und hier ist das, was ich will, bist du. E' facile sbagliare. E' facile sbagliare e poi buttare via. Dei cuori innamorati che fa la gelosia. Ma se poi ci penso su. La donna mia sei tu. Senza te non dormo quasi mai Senza te stanotte sono guai Senza te non voglio starci più La donna mia sei tu Ohne dich schlapp' ich heut'nacht nicht ein Ohne dich fa' ich heut'nacht nicht ein Ohne dich komm' ich heut'nicht zu Das, was ich will, bist du Senza te non dormo quasi mai Senza te stanotte sono guai Senza te non voglio starci più La donna mia sei tu Ohne dich schlapp' ich heut'nacht nicht ein Ohne dich fa' ich heut'nacht nicht ein Ohne dich komm' ich heut'nicht zu La donna mia sei tu Grazie, grazie mille Vielen lieben Dank an meine wundervollen Gäste Ich hab's bereits schon angekündigt Heute Abend werden wir richtig Stimmung für Sie machen Für Sie zu Hause mit den Songs, die Sie sich ausgesucht haben Der Südwesten singt gemeinsam statt einsam Das ist unser Motto Und ich hab' mir wirklich tolle Gäste eingeladen Ramon Roselli mit dabei Thomas Anders Ross Anthony Isabel Varell Wir sind verbunden mit Björn von Santiano Buonasera Und natürlich auch mit Marc Marschall Mit Eloy de Jong Und mit wundervollen Bands wie Silbermond Glasperlenspiel Und auch mit Vox Club Also wirklich jede Menge los bei uns heute Abend Ich hab' gerade diesen Song nicht ohne Grund gesungen Also abgesehen davon, dass er auf meinem Album ist Ja, das find' ich auch toll Aber es war ein Musikwunsch Und heute Abend zählen Ihre Wünsche Die sind ganz, ganz wichtig Die Maria Vogt hat sich diesen Song gewünscht Gemeinsam mit Christian Labbé Die wollten diesen Song hören Der Song ist natürlich für euch Und auch all die anderen Zuschauer, die daran Spaß haben Diese Sendung, die haben Sie gebaut Auf swrfernsehen.de können Sie jetzt noch Musikwünsche uns schreiben Uns Videos schicken Und Musikwünsche, was Sie hören möchten Und wir versuchen das in diese Sendung noch mit einzubauen Außerdem auf swrfernsehen.de noch ein wundervolles Voting Machen Sie damit Sie entscheiden heute Abend noch, wer die Nummer 1 wird Wer macht den Gute-Laune-Song Nummer 1 zu Ostern Ja, das entscheiden Sie Und wir schauen mal rein, welche Titel dabei sind Ein Geschenk für alle Ewigkeit Einen Stern, der deinen Namen trägt Hoch am Himmelszelt Den schenk ich dir heut Nacht Denn nur zusammen ist man nicht allein Komm lass uns alles miteinander teilen Denn nur zusammen ist man nicht allein Komm lass ein bisschen noch zusammenbleiben Also wirklich großartige Titel mit dabei Ich bin gespannt, welcher Titel das Rennen macht Das sagen wir Ihnen heute Abend natürlich noch Und ich habe jetzt einen Clip, auf den freue ich mich riesig In den letzten Tagen und Wochen haben wir eure Videos gesammelt Wir wollten sehen, wie singt der Südwesten Und vom SWR 4 Radiosender kamen ein paar wirklich tolle, tolle Sänger rüber zu uns Also nicht nur Profis, Amateure, alles bunt gemischt Aber es klingt sensationale Wir hören rein Komm lass uns die Welt bemalen In Regenbogenfarben Ich lass für dich das Licht an, obwohl du zu hell bist Ich höre mit den Flanken, die ich nicht mag Ich bin für dich leise, weil du zu laut bist Verfühl dich zum Gehens, ab Nacht oder Tag Ich gehe mit dir in die schlimmsten Schnurzen Ist mir alles egal, Hauptsache du bist da Doch wenn wir an Licht, führe ich noch immer dein Gesicht Du bist nicht allein, denn du träumst heute Abend Würde alles leichter gehen Würden wir die unsere Grenzen ziehen Wäre das Leben nur noch kalt und schön Die Menschen im Südwesten Man kann schon fast sagen, der beste Tor der Welt Thomas, hast du schon sehr gut angehört, oder? Das ist doch mein Südwesten Oder? Dann wollen wir dem Südwesten doch ein bisschen Thomas anders zurückgeben Wir wollen dich nämlich jetzt gerne bei uns singen hören Ein Künstler hier bei uns, der über 120 Millionen Platten schon verkauft hat Da drüben sitzt er, gemeinsam mit Modern Talking und auch allein natürlich Großartig Und wir haben natürlich ganz, ganz viele Wünsche bekommen Und einer davon ist der Lothar aus Breisach Der hat auch einen ganz besonderen Wunsch Hallo, ich bin der Lothar aus Breisach Und wünsche mir ein Lied von Thomas Anders Und da der liebe Lothar einer von wirklich Tausenden war Die uns geschrieben haben wegen dir Die einen Song von dir hören wollten Dann frage ich dich, würdest du für uns singen? Aber natürlich für Lothar und für die Tausende Ich stehe jetzt auf und gehe zum Flügel Das kannst du machen Währenddessen würde ich ankündigen, dass wir jetzt eine wundervolle Performance bekommen You're my heart, you're my soul von Thomas Anders Deep in my heart There's a fire A burning heart Deep in my heart There's desire For a start I'm dying in emotion It's my world in fantasies I'm living in my dreams I'm living in my dreams I keep it shining everywhere I go That's the only thing I really, I really know Let's close the door and believe my burning heart Feeling alright, come on, opening your heart I keep the candles burning and let your body melt in mine I'm living in my, living in my dreams You're my heart, you're my soul I keep it shining everywhere I go You're my heart, you're my soul I'll be holding you forever, stay with you together I keep it shining everywhere you go That's the only thing I really, I really know You're my heart, you're my heart, you're my heart, you're my heart Wow, wow, wunderschön live gesungen natürlich mit Piano-Begleitung Machst du sehr gerne so, ne? Ja, ich liebe das, weil es ist so, ist so eine direkte Musik, ja Ich meine, du kennst es auch und man hat wirklich, man kann sich auf die Stimme konzentrieren, auf das Gefühl konzentrieren Man kann Variationen machen, das ist, das ist meine Musik Wunder, wunderschön, you're my heart, you're my soul Ein Titel, den du bestimmt schon tausende Male gesungen hast, aber du wirst nicht satt, ihn zu singen Nein, überhaupt nicht Also ich meine, dadurch, wie ich gerade sagte, gibt es verschiedene Versionen Und es ist auch so, für mich ist es eine Faszination Bei meinen ganzen Konzerten, die ich jedes Jahr halt eben gebe Und er gehört natürlich in mein Standard-Repertoire Diese Menschen, tausende von Menschen vor mir zu sehen Und dieses Kopfkino, jeder hat so seine eigene Geschichte Und die Pärchen halten sich verliebt im Arm, andere fangen an sich zu küssen Andere singen laut, Hals mit Und das ist so wunderschön Und ich bin jedes Mal dankbar, dass ich wirklich das erleben darf Von der Bühne zu sehen, wie man mit Musik wirklich Menschen glücklich machen kann Ja, das machst du definitiv Ich habe es ja auf der Schlagertour jetzt mitbekommen Wir sind ja mit Florian Silbereisen auf Tour gewesen, Anfang des Jahres Und wenn du da rauskommst mit deinen Hits Es ist schon wirklich sensationell, wie die Leute sofort an sind Also du wirst da hochgefahren aus dem Boden Da gibt es ja so eine super Technik Und dann ab der ersten Sekunde sind die Leute an Egal ob jetzt Fans oder nicht Aber du begeistert sind sie alle am Ende Ich bin da sehr dankbar für Genau, und dann kommen wir, Giovanni Und dann kommen wir Dann kommen wir, Ross Dann gehen die Leute richtig Ja, Ross ist ja auch dabei Thomas, stimmt es, dass du Thomas, stimmt es, dass du den Titel in 30 Minuten eingesungen hast? Also die fertige Version, die wir kennen Ich glaube ja Also ich weiß nicht genau bei diesem Titel Ich weiß nur, dass ich ein Modern Talking Album an einem Tag eingesungen habe Ein ganzes Album Ein ganzes Album Und wie du zu der Zeit aussahst, das wollen wir natürlich auch sehen Meinst du, das hängt mit Aussehen zusammen? Ja, mal sehen Ja, so sah ich auch mal aus Ja, aber auch okay Hör auf zu lachen Darf ich was fragen? Isabel fragt bitte, rette mich Wie viel Thomas Anders von dem, den wir da gerade gesehen haben An den wir uns alle erinnern mit viel Liebe Ist noch in dir, in diesem Thomas Anders von heute? Oh, das ist eine sehr gute Frage Ich glaube, da ist der größte Teil noch in diesem Thomas Anders, der heute auch noch da ist Nur die Optik hat sich dezent verändert Aber du bist ein Junge Du bist doch ein Junge Damals war ich 21 Und die Haare sind einfach nur nach unten gerutscht Wohin jetzt? Wir haben das jetzt nicht verstanden Wir haben das jetzt nicht verstanden Wir wollen das jetzt nicht verstehen Ich versuche die Situation zu retten Du bist kein Stück weniger attraktiv Nein, ich bin jetzt wieder still Meine Frau sagt immer Thomas ist so eine schöne Mann Wirklich, liebe Grüße auch an dich, Amore Wirklich, also wirklich Also die Frauen Nicht nur die Frauen liegen dir zu Füßen Das muss ich sagen Also nein, wirklich Großer, großer Respekt Auch die Männer wollte ich sagen Richtig Kompliment Ich hoffe, du hast Lust ein bisschen zu spielen Ich habe vor, mit euch ein kleines Musikquiz zu spielen Auch mit Ihnen zu Hause Also hören Sie genau zu Wir machen jetzt ein kleines Spiel Ihr könnt Punkte sammeln hier Ihr braucht die Hupe Ach, das ist abschöne die hier Zur rechten Zeit muss gehubt werden Und die zu Hause Sie spielen bitte auch mit Ich gehe mal hier rüber zu unserem wundervollen Achim Zu unserem Pianisten Hast schon sehr, sehr schön gespielt Hat mir sehr gut gefallen So, bei unserem Spiel gesucht wird Geht es um Folgendes Wir suchen immer einen bestimmten Begriff Zum Beispiel suchen wir Jetzt ein Insekt Ja, das ist jetzt ein normalen Test Thomas? Das ist Biene Meier Thomas sagt Biene Meier Und das ist Richtig Biene Meier wäre die richtige Lösung gewesen Der erste Punkt wäre an dich gegangen Spiel verstanden Ich glaube ja Auch Sie zu Hause Ganz viel Spaß damit Der liebe Achim wird uns was vorspielen Und dann würde ich Sie bitten Mitzuraten, um welchen Titel es geht Und ihr dürft natürlich jetzt Punkte sammeln Los geht's Frage Nummer 1 Gesucht wird eine Pflanze Eine Pflanze wird gesucht Thomas war ein Ticken schneller War ich schneller? Ich sehe euch ja nicht Aber Und Eine Pflanze Es gab mal eine Sendung Die hieß Löwenzahn Kann das sein? Und das ist Richtig Der erste Punkt geht an dich Thomas Ja, die Jüngeren kennen das nicht mehr Wir kommen Hier ist das Original Das habe ich geliebt Das habe ich geliebt Super So, der erste Punkt geht hier mit an Thomas Wir haben noch drei Runden haben wir noch Also ihr könnt noch Punkte sammeln Rossi sei nicht traurig Hier kommt Frage 2 Aber ich muss nur sagen, wir sind sehr weit weg So, bis unsere Hupe auf wir kommen Ich pass genau auf Meine Augen reichen noch bis dahin Wir kommen zu Frage 2 Gesucht wird ein Naturphänomen Okay Oh Rossi war sehr schnell Also ich würde sagen, die sieben Gebirge Die was? Nein Sieben Gebirge Nein, wir spielen weiter Sing was now Isabel war ein Tick schneller Somewhere over the rainbow Nein Moment, Moment Und was suchen wir? Welches Naturphänomen wäre das? Ein Regenbogen Ein Regenbogen Ein Regenbogen Und das ist richtig der Punkt hinter dich, Isabel Guck mich doch nicht so böse an Alter, guckt mich total böse an Guckt mich total böse an Guckt der das? Wieso hast du mich so böse angeguckt? Wir machen weiter Ramon und Ross, auch ihr beiden jetzt Wir haben noch zwei Runden Gesucht wird ein Verkehrsmittel Verkehrsmittel, ja Los geht's Was ist das? 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 Oh Ross Ross war ein Tick schneller Dann Ross Krankenwagen Nein Liebe Auf jeden Fall Irgendwas mit Liebe Also ein Verkehrsmittel Hast du eine Idee Ramon? Nee Dann spielen wir ein Stück weiter Ja Achim bitte noch ein bisschen Okay Thomas jetzt Lastwagen Nein Ross Kein Lastwagen Thomas bitte Das ist doch Der Song heißt Flugzeug im Bauch Und das ist ein Flugzeug Wir suchen ein Flugzeug Das ist richtig Wir hören rein Nein Ich kann ja auch nicht sein Das weiß die Liebe Doch Das habe ich Flugzeug in meinem Bauch Gib mir mein, gib mir mein Herz zurück Du brauchst meine Liebe nicht Gib mir mein Herz zurück Wo es auseinanderbricht Je eher Je eher Wir kommen zur Warte mal Wie kommt Ross auf Krankenwagen? Ich weiß auch nicht Welcher Song In welchem Song gibt es einen Krankenwagen? Das weiß ich auch nicht weil Das könnte sein, ne? Wir überlegen mal In welchem Song es einen Krankenwagen gibt Haben sie zuhause Ideen In welchen Song es Krankenwagen Oder was hast du noch gemeint Lastwagen Und Siebengebirge Dann schicken sie uns das gern zu Vielleicht schreibt doch Ross einen Song In dem das alles zusammenkommt Wir kommen zu unserer Frage 4 Die lautet Gesucht wird ein biblischer Garten Einwarte Oh! Ich war vor dir Ich war vor dir Ich war vor dir Isabel war ein bisschen schneller Der Garten Eden Der Garten Eden Der Garten Eden Wir hören rein Ross, Entschuldigung Ich hab wir das Spiel nicht so ganz Habt ihr eine Beruhigungstablette? Der Garten Eden Der Garten Eden Ja Der Garten Eden Hallo Meins funktioniert nicht Hallo Ich auch nicht Lass uns erstmal Möchtest du meinen haben? Ross Ross Egal ob die Hupe funktioniert oder nicht Fakt ist Isabel 2 Punkte Thomas 2 Punkte Ihr teilt euch beim ersten Spiel erstmal Die Krone Die Krone Teilt ihr euch erstmal beide Ich teile alles gar nicht mit Thomas Der Ramon ist tatsächlich ein riesen Fan von alten Von Oldies kann man sagen oder? Ja Kann man so sagen Doch Das hat er in der Sendung ein paar Mal gesagt Das hat mir total imponiert Dass du die auch alle kanntest Und sofort rausgehauen hast Ja Wirklich sehr sehr schön So wir kommen Von internationalen oder nur von deutschen Oldies? Das was ich kenne, kenne ich Okay Also von beidem Ein bisschen Von allem Alles Hauptsache Musik Wir kommen jetzt zu ihren Wünschen Sie können uns auch weiterhin über WhatsApp Bitte bitte schreiben welchen Wunsch sie noch in dieser Sendung hören möchten Und wir versuchen das noch hinzubekommen Hier wird getanzt bei uns Sehr sehr schön Tolle Tanzeinlage von Rossi Ja viele Musiker sind ja in den letzten Wochen In den letzten Wochen nicht auf den großen Bühnen gelandet Sondern eben bei sich im Wohnzimmer Und haben von da aus gesungen und musiziert für ihre Fans Um eben in Kontakt zu bleiben Und haben dann vielleicht dann doch den Anzug getauscht Gegen ein Jogging Oder gegen Pyjama Oder einen Schlafanzug Und haben aber trotzdem wirklich sensationelle Konzerte gespielt Und die schönsten Privatkonzerte des Südwestens Aus ganz Deutschland Die gibt es jetzt Lieber Giovanni Hier ist Ilo de Jong Und wir alle wollen den Menschen die Musik nach Hause bringen Viel Spaß Ich würde dich so gern wiedersehen So tun als wäre nichts geschehen Die Liebe, die Liebe, die Liebe Was wären wir wohl ohne sie? Bleib ich an deiner Seite Auch wenn du grad im Regen stehst Ich werde dich begleiten Auch wenn dir noch die Richtung fehlt Shout out von der sofaust behäb você Tellen strokes Ich bin auf der sofaust behäb worth Mikorg In Isohle des sofaust Musik In Isohle des sofaustほ wollte Ich liebe dich Bingo In Isohle des sofaust behäb Pete Nicht alles, was bleibt, nicht alles sich beändern, da sind immer noch die zwei. Du bist da, was immer du auch gerade tust, wir sind echt stolz. Du bist da, was immer du auch gerade tust, wir sind echt stolz. Meine Lieben, immer gründlich Hände waschen und nicht hamstern, ok? In der einen Jahr, dann lach ich herzlich über dich. Corona, Corona, leck mich! Jetzt erst recht, wir sind hell, wenn wir zusammen stehen. Die Welt kann unsere Blame sehen. Und der Traum, der uns verbindet, der ist echt. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht schaffen wir das und halten zusammen, sind zusammen stark und stehen das gemeinsam durch. Ich sende euch ganz viel Kraft, Mut, Liebe, Vertrauen und nur die besten Wünsche, dass alle, die krank sind, gesund werden und die, die gesund sind, gesund bleiben. Sehr, sehr schön. Wundervolle Worte zum Abschluss von Beatrice Egli, eine ganz, ganz tolle Kollegin von uns und auch die anderen wirklich, also ganz, ganz tolle Konzertaufschnitte dabei gewesen. Also die Privatkonzerte sind dann doch etwas Schönes in dieser Zeit, in der wir uns auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen alleine fühlen und Musik verbindet dann ganz toll, vor allem auch hier im Südwesten. Das finde ich eine schöne Sache. Also meine Familie weiß ja und du auch, Rossi, dass ich einer bin, der lieber den Geburtstag meiner Kinder oder meiner Frau feiert als meinen eigenen. Und es macht mir einfach mehr Spaß für andere zu feiern und wir wollen heute Abend... Kriegst du ihm aber Geschenke. Ja, das stimmt. Und auch heute Abend wollen wir jemanden hoch, ja, hoch feiern und hoch loben und leben lassen. Es ist die liebe Nicole Hänse, die müsste jetzt bei uns in der Leitung sein. Nicole! Hallo! Nicole, hallo, ich grüße dich, einen schönen guten Abend. Bist du denn ein Geburtstagskind heute? Ja, heute genau vor 44 Jahren. Das ist schön, dann wünschen wir dir natürlich alles, alles Gute, herzlichen Glückwunsch und wir würden dir gerne gemeinsam ein Ständchen singen. Ist das in Ordnung für dich? Gerne. Oh ja. Dann legen wir los. Happy Birthday to you. 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 Can't you hear, can't you hear me cryin'? Bring me little water soon, bring me little water now, bring me little water soon, every little once in a while, every little once in a while. The service say she'll love me, but I believe she will lie, she hasn't been to see me since the last day in July, bring me little water soon, bring me little water now. Bring me little water soon, every little once in a while, every little once in a while. She brought me little coffee, she brought me little tea, she brought me nearly every damn friend, but she didn't bring the jailhouse every day. Bring me little water soon, bring me little water soon, every little once in a while, every little once in a while. One more time, bring me little water soon, bring me little water soon, every little once in a while, every little once in a while. Yeah! Jeden Abend? Jeden Abend, Ross. Sonntags auch? Sonntags auch. Ach so. Also wenn du fertig bist mit Backen, kannst du rüberschalten für Marc Marschall. Und jetzt hast du aber die Möglichkeit, lieber Ross, weil du vorher nicht so gut abgeschnitten hast, hast du jetzt noch die Möglichkeit Punkte zu machen. Denn wir spielen jetzt wieder ein schönes Musikquiz. Okay. Das heißt, wie geht's weiter? Wir spielen jetzt einen bekannten Pop-It oder einen Schlager und der hält dann irgendwann an. Irgendwann hört der Song auf und wenn ihr wisst, wie der Song weitergeht. Hupen, ich sag euren Namen, damit seid ihr freigeschaltet, ihr singt weiter. Sei fair. Ich bin fair. Ja, sei fair. Ist das richtig, bekommt ihr einen Punkt, ist es falsch, dann gibt es leider keinen Punkt. Aber auch keine Strafpunkte. Aber das heißt nicht, dass du nur hupen sollst. Das heißt nicht, dass du die ganze Zeit hupen sollst, lieber Ross. So, wir beginnen direkt mit unserem ersten Titel. Die Ohren bitte spitzen und nur hupen, wenn die Pause kommt. Los geht's. Anita, schwarz war ihr Haar, die Augen wie zwei Sterne, so klar. Wow. Toller Punkt. Du hast einen Punkt, Ross hat einen Punkt. Ich bin wirklich. Ja. Wir hören, hören wir auch noch rein. Anita bestimmt, oder? Den brauchen wir nicht. Nee, das war viel besser als er. Ja, nee. Dann machen wir doch, wir machen direkt weiter und komm zum nächsten Titel, bitte genau hingehört. Ich war zuerst. Hallo. Darf ich erst kurz freischalten? Okay, ja. Ross, bitte. Also ich weiß nicht, wo wir waren. Stachelschwein. Stachelschwein. Ja. Ein Wort nur. Ein Wort ist mir zu wenig. Sag die Biene zu den Stachelschwein. Sag die Biene zu den Stachelschwein. Schön ist es auf der Welt zu sein. Und das ist richtig und wir kommen zur letzten Runde bei unserem Spiel. Wie geht's weiter? Bitte genau hingehört. Und erst hupen, Rossi, wenn, nicht wegwerfen die Hupe, erst wenn die Pause kommt. Los geht's. So weit gekommen und so viel gesehen. So viel passiert, dass wir nicht verstehen. Ich weiß es nicht, doch ich frag es mich schon, wie hast du mich gefunden? Thomas, Thomas. Ramon sagt, Ramon sagt Thomas. Thomas? Thomas auch. Ich sag Ramon. Einer von 80 Millionen. Und Ramon sagt einer von 80 Millionen. Wir hören rein. So weit gekommen und so viel gesehen. So viel passiert, dass wir nicht verstehen. Ich weiß es nicht, doch ich frag es mich schon, wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen. Sehr, sehr schöne Spiele. Und ich hoffe, dass Sie zu Hause haben auch Spaß bei diesem Spiel und haben schöne Punkte gesammelt. Ramon, der erste Punkt ist da. Jetzt geht's los. Da ist das Ding. Und der liebe Ross hat dieses Spiel gewonnen mit zwei Punkten. Und auch die liebe Gudrun Bopper aus Bingen ist ein großer Ross-Fan, denn sie wünscht sich eine Performance von dir. Sie würde sich sehr freuen, wenn du singst. Aber ich habe ihn noch nicht vorbereitet. Dann bereite ich mal langsam vor, solange erzähle ich, was für ein toller Typ du bist. Und der liebe Ross Anthony begann seine Karriere gemeinsam mit mir bei Bros. und hat es danach geschafft, wirklich vor vielen Jahren schon im Schlager-Geschäft Fuß zu fassen. Und ist da wirklich eine feste Größe geworden, muss man sagen. Und ich freue mich jetzt auf seine Performance. Hier ist für Gudrun aus Bingen und für all die anderen Ross Anthony-Fans Anita. Ich fand sie irgendwo, allein in Mexiko, Anita. Schwarz war ihr Haar, die Augen wie zwei Strähne, so klar. Komm steig auf mein Pferd, sagte ich zu ihr, Anita. Fiesta ist heut, die Stadt ist nicht mehr weit, mach dich schnell bereit. Ich seh dir an, da schlummelt ein Vulkan, du wartest auf die Liebe. Ich will sie wecken und alles entdecken, was keiner bisher sah. Anita. Oh. Oh 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 o oh. Reiter wie der Wind, bis die Nacht beginnt, Anita. Anita. weiß sind wir da und jeder soll es sehn, wie wir uns verstehen. Oh yeah. Musikant somite ... blöder 2 bei Musik und bei Wei. Wollen wir heut glücklich sein Ich fand sie irgendwo, allein in Mexiko Anita Schwarz war ihr Haar, die Augen wie zwei Sterne, so klar Ich baue für uns ein Nest, wo sie's leben lässt Anita In Mexiko, denn nur bei dir allein Will ich hier mal sein Um uns herum, da saßen sie ganz stumm Und machten große Augen Die Companeros mit ihren Sombreros Denn nun gehörst du mir Heute ist die Nacht, nicht zum Schlafen da Anita Denn so ein Fest gab es noch nirgendwo, hier in Mexiko Oh yeah Musiker sind herbei, spielt ein Lied für uns zwei Bei Musik und bei Wein, wollen wir heut glücklich sein Ich fand sie irgendwo, allein in Mexiko Anita Schwarz war ihr Haar, die Augen wie zwei Sterne, so klar Komm steig auf mein Pferd, sagte ich zu ihr Anita Anita Fiesta ist heut, die Stadt ist nicht mehr weit Mach dich schnell bereit Anita Ich sag mal, die Leute haben Blumen auf den Boden geworfen, ist das nicht toll Tolle Performance, Ross Die Lampen glühen für mich, es ist der Wahnsinn Die Blumen fliegen und die Lampen glühen für Ross Anthony Die Blumen fliegen, ja Tolle Performance, Ross Tolle Performance Also ich hab wirklich eine tolle Bühne gehabt Und wir mussten erstmal einen riesigen Applaus an das Deko-Fehner Das ist wunderschön Toll gemacht Toll dekoriert Und natürlich nicht zu vergessen, die ganze Leute hinter den Kameras, was nicht viel sind, aber die Leute, die da sind, wirklich schön, dass ihr gekommen seid Ja, und alle schön mit ihren Masken und alle halten sich schön an die Regeln, das find ich wirklich sehr toll Ja, find ich wirklich toll Stell mir Fragen, stell mir Fragen Komm, du bekommst Fragen Ross, wie ist es jetzt für dich, fühlst du dich richtig angekommen jetzt, also mit deiner Musik Willst du das dein Leben lang machen? Also ich mach jetzt Schlager seit neun Jahren und ich hab wirklich, Gott sei Dank, dank die Fans in meinem Platz gefunden Ich liebe es, die Leute zu unterhalten Weißt du, die Leute, wenn die mich sehen, die wissen schon, was die bekommen Pores gute Laune Und das ist mir sehr wichtig, dass ich das in so eine schwierige Zeit wie jetzt das immer verbreite Deswegen, dass auf meiner Instagram-Seite und Facebook werde ich nie traurig sein Ross, aber es gibt genug Traurigkeiten Und wir müssen die Leute diese positive Attitude geben, dass alles wird schon wieder gut Alles wird auch wieder gut, ganz bestimmt Und für die gute Laune Ich bin noch nicht bei einem Frisur gewesen Es steht dir sehr, sehr gut, lass es ruhig so Deine andere Frisur, ich kenne noch eine andere Frisur von dir, als du sie noch hochgestellt hast Damals hast du aber auch schon sehr gute Laune gemacht Schauen wir mal rein, Bros ist 2001 Ich muss sagen, wir müssen ehrlich sein, wir haben uns nicht so krass verändert 20 Jahre später und wir sehen immer noch so krass 20 Jahre und 10 Kilo später sitzen wir jetzt hier Hast du gerade gesagt, dass ich dick geworden bin? Ich habe nur gesagt, dass wir insgesamt gemeinsam Achso, insgesamt? Ich bin sehr stolz, dass ich ein Teil von Bros ist damals war Weil ich habe wirklich, ob die Leute das glaubt oder nicht Wir haben so viel damit gelernt Und ich glaube, das ist ein Grund, warum wir das geschafft haben, so lange uns zu halten Weil das war ein super Sprungbrett für uns Und ich werde immer dankbar, dass ich diesen Weg gegangen bin Für mich genauso Ich bin immer dankbar, bei dieser Band gewesen zu sein Oh, und jetzt sollen wir was singen Wollen wir einmal eine aktuelle I Believe Version probieren? Es ist jetzt live Es ist sehr live Warte mal Baby, I believe that you were meant for me And if there's somebody Then, baby, I believe that somebody is you And everything you do Cause, baby, I believe I believe in you, yeah Live aus Mainz Do you know what it feels like? Zwei Sechstel von Bros ist live aus Mainz Das ganze Das ganze Bros gibt es nach der Sendung live auf Ross seinem Instagram Kanal Davor machen wir weiter Mit deinen Schnuckis Du nennst die Jungs immer deine Schnuckis Weißt du, was ich meine? Ja, meine Schnuckis? Ja Ja, ich meine nicht Feuerherz Obwohl die auch Schnucki sind, ne Aber meine gute Freunde Vox Club Ich liebe Voxys Ich finde es immer schön, wenn die so ihre Sachen anziehen Und die haben so knackige Ich meine halt die Songs, was die singen Die Jungs machen bayerische Musik mit richtig PS drunter Also motzen das Ganze, kann man sagen, so richtig auf Yes Und die liebe Emma hat sich Vox Club gewünscht Die Jungs haben ja auch ein SWR4-Daheimkonzert gespielt Ne Und wir schauen mal rein, wie es aussieht, wenn die Jungs gemeinsam Musik machen Ciao ragazzi Servus lieber Giovanni und ein riesen Servus Hallo liebe Menschen im Südwesten Deutschlands Ja, hier ist der Bini Ich bin der Christian Ich bin der Florian Der Stefan Hier ist der Michi Und zusammen sind wir Vox Club Ja, leider können wir heute Abend nicht bei euch sein Aber wir grüßen alle ganz, ganz lieb aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz Wir finden es einfach nur super, dass ihr zu Hause vom Fernseher oder im Studio die Lieder feiert Die uns zusammenbringen und die Grenzen überwinden können Und deshalb möchten wir jetzt auch eins unserer Lieder beisteuern für alle, die sich ein Lied von uns gewünscht haben Wir hoffen, ihr habt Spaß dabei und wünschen euch noch einen tollen Abend Und wir sehen uns ganz bald wieder Auf geht's 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 Ab geht's Auf geht's Du oh Schau dir was da passiert, schau zu was da draus wird Jeder kommt zum Feiern Heute kommen alle zusammen, die immer gestritten haben Jetzt schau dir bloß die ganzen Leute an Die unten und die oben und in Jogginghosen Heute tanzen alle mit Die Runden und die Flachen, im Abzug und in Trachten Wir brauchen bloß Musik Ein jeder, ein jeder, ein jeder Heute danzt ein jeder Wir danzen durch die Stadt und holen euch alle ab Schauen auf wir haben das schönste Weder Und keiner kennt uns aus, und keiner bleibt zu Haus Geh mit denn heute tanzt ein jeder Ein jeder, ein jeder, ein jeder Heute tanzt ein jeder Ein jeder, ein jeder, ein jeder Ein jeder, ein jeder Heute tanzt ein jeder Ein jeder, ein jeder, ein jeder Heute danzt ein jeder Dankeschön! Sehr, sehr schön Vox Club mit einem fantastischen Wohnzimmerkonzert Nicht nur die Voxys haben das gemacht Ich habe auch schon ein Wohnzimmerkonzert machen dürfen für SWR 4 Die nennen das da Daheimkonzerte Und das haben tatsächlich viele Künstler gemacht Und da gibt es jetzt ein wundervolles Best of, in das sie mal reinschauen dürfen Hallo zusammen, liebe Fans von SWR 4 Hi Leute, hier spricht Ella endlich Hier ist eure Julia Linton Hallo liebe Freunde, liebe Hörer Hier ist eure Sonja Liebing Und wir haben für euch ein paar Lieder mitgebracht Ja, we're in this together Ella, Ella, Ella Du bist betaufen, wenn du schreist Wenn du mal nichts zu sagen weißt Du bist ja alles, was ich lebt Bist du nur still, still, still Immer wenn ich an dich denke Dann krieg ich Gänsehaut Und du hast mir zu tief ins Herz geschaut Wie oft fesseln uns Macht und Gier Wir alle sind nur Menschengier Und er lässt uns nie fallen Halleluja 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 Siehst du denn mich, wie schön du bist? Ich will nur dich, sonst will ich nichts Was ich in dir seh, kannst du nicht verstehen Auch wenn's die Wahrheit ist Du bist nicht allein Es sind Geschichten, die uns alle vereint Du bist nicht allein Es sind Geschichten, die uns alle vereint Sieben Zünden bist du mir wert Sieben Zünden und noch viel mehr Denn du bist der Wahnsinn Der mich auf der Bahn weht Das halte ich nicht aus Darum leid ich zu dir Im größten Sturm sind wir das Licht Wenn noch die Welt zusammenbricht Dann halten wir uns in Gedanken fest Mit Hoffnung schaffen wir es bis zuletzt Im größten Sturm sind alle gleich Schwierig ist das Leben einen Streit Sind wir uns in Gedanken nah Und aus der Ferne füreinander da Gericht Ja, vielen lieben Dank Alle Radiowellen des SWR Haben uns wirklich großartig unterstützt Bei dieser Sendung Also danke auch an das Radio Das ist ein wichtiges Medium Für uns Musiker vor allem auch, oder? Hörst du viel Radio? Wenn du unterwegs bist im Outdoor Bist du nur noch Spotify und Co? Ne, also ich höre auch schon noch Radio Das ist gut Das war die richtige Antwort Wie ist es denn bei dir Wenn du diese ganzen Balkonkonzerte Fast schon siehst heutzutage Wenn die Leute rausgehen So wie in Italien Und gemeinsam singen Wärst du da einer Der, wenn er draußen steht Direkt mit einstimmen würde? Also definitiv Erstmal ist es natürlich schade Dass diese ganzen Umstände sind Aber es ist natürlich auch Sehr, sehr, sehr schön Das zu sehen Dass die Leute das machen Ist auch eine wirklich schöne Sache Natürlich gehen auch die SWR Konzerte Daheimkonzerte Gehen auch natürlich weiter Also schauen Sie Auf den SWR 4 Auf der Homepage vorbei Da gibt es noch viele, viele Weitere tolle Künstler Die daran teilnehmen werden In Zukunft Vielleicht dann auch Ross Anthony Und Thomas Anders Und Ramon auch Und die Isabelle wahrscheinlich auch noch Die kommen auch noch alle dran Wir machen jetzt aber erstmal weiter Mit einer wirklich sensationellen Band Ich freue mich total Dass sie bei uns in der Sendung dabei sind Eine der besten Bands Deutschlands Muss man wirklich sagen Und ihre Lieder haben immer eine Bedeutung Haben immer eine Botschaft Und der aktuelle Titel heißt Machen wir das Beste daraus Und ja Ich glaube dieser Titel passt in diese Zeit Unfassbar gut Wir sprechen von Silbermond Und der liebe Piotrek aus Kehl Hat sich diesen Titel gewünscht Hallo Ich bin der Piotrek aus Kehl Und ich wünsche mir ein Lied von Silbermond Ihr Lieben, hallo Hier ist die Stefanie von Silbermond Und auch ich und wir natürlich als Band Senden euch ganz, ganz liebe Grüße von zu Hause Und wir freuen uns natürlich sehr zu hören Dass auch im Südwesten Ordentlich Musik zusammen gemacht wird Und dass auch bei unseren Freunden vom SWR 3 Viel zusammengesungen wird Und da sind wir natürlich sehr, sehr gerne dabei Mit unserem Song Machen wir das Beste draus Ja und das ist wahrscheinlich auch das Motto der Stunde Es ist eine sehr herausfordernde Zeit Und nicht ganz leicht Und auch wir vermissen unsere Freunde Unsere Familien fehlen uns total Aber wir sind uns sicher Es wird eine Zeit danach geben Dann können wir uns alle wiedersehen Und dann können wir wieder zusammen Musik machen Und zusammen feiern Und dann genießen wir die Zeit doppelt Ja Also bis dahin haltet durch Bleibt gesund Und bis ganz, ganz bald Ich schaue aus dem Südwesten Dass sie uns so viele Musikwünsche zugeschickt haben Sie haben wirklich einen sensationell guten Geschmack Und wir möchten Ihnen jetzt direkt zwei Wünsche auf einmal erfüllen Einen, das kann ich schon mal verraten Von einem Künstler aus Holland Einem Kollegen von uns Von Eloy de Jong Viel Spaß mit ihm Hi lieber Giovanni Und einen schönen guten Abend Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer Singen und besonders gemeinsam singen Und die Musik sind gerade auch jetzt besonders wichtig Weil Musik bringt positivität Und positivität ist etwas was wir momentan alle brauchen Deshalb freut es mich wirklich Dass ich bei der Südwesten sind Dabei sein darf Für diese besondere Zeit gerade Habe ich eine ganz persönliche Privates Videoclip Meine neuen Single Nur solange wir uns haben erstellt Von dem ich euch jetzt Und besonders wir Familie Wau aus Bogenheim Einen Ausschnitt zeigen Danach folgt mein Sommerhit Kopf aus Hetz an Für Peter Spenraat aus Vecher Und die vielen anderen die sich diesen Song gewünscht haben Passt gut auf euch auf Alles Liebe Und bleibt gesund Das Leben ist live Komm lass es uns leben Jede Minute und jeden Moment Das Leben ist live Es ist uns gegeben Chancen gibt's da wo man welche erkennt Das Leben ist live Komm lass es uns leben Jede Minute und jeden Moment Das Leben ist live Es ist uns gegeben Chancen gibt's da wo man welche erkennt Es ist immer nur jetzt Und die Zeit ist an jedem Tag reif Zwischen gestern und morgen Da wartet dein Leben Und dieses Leben ist live Das Leben ist live Das Leben ist live Das Leben ist live Das Leben ist live Komm lass es uns leben Jede Minute und jeden Moment Das Leben ist live Es ist uns gegeben Chancen gibt's da wo man welche erkennt Das Leben ist live Das Leben ist live Komm lass es uns leben Jede Minute und jeden Moment Das Leben ist live Es ist uns gegeben Chancen gibt's da wo man welche erkennt Es ist immer nur jetzt Und die Zeit ist an jedem Tag reif Zwischen gestern und morgen Da wartet dein Leben Und dieses Leben ist live Und dieses Leben ist live Christian Leis gewünscht von Bettina Und auch an alle Eloy-Fans Auch ihr kommt natürlich nicht zu kurz Am Samstag schon gibt es auf SWR4.de Das Heimkonzert von Eloy Also unbedingt reinschauen Das wird wirklich toll Ja und an alle die noch Lust haben abzustimmen Macht das unbedingt Der Gute-Laune-Song wird noch gesucht Zu Ostern Und das macht ihr auf SWRfernsehen.de Also unbedingt noch abstimmen Drei Titel sind zur Auswahl Ich bin gespannt welcher Titel das Rennen macht Den hören wir heute Abend natürlich noch hier In voller Länge So und nun kommen wir wirklich zu einem ganz ganz tollen Und besonderen Projekt You've got a friend von Carole King War ein Titel an den sich wirklich viele Megastars rangewagt haben Und nun haben wirklich 16 tolle Musiker aus Karlsruhe Ihre Köpfe zusammengesteckt Und vor allem auch ihre Stimmen Um eine ganz besondere Version draus zu machen Bitteschön Der Südwesten singt Und wir sind stolz und glücklich dabei zu sein Viel Spaß Und wir sind in den letzten Jahren Und du musst dir helfen hier Und nichts oder nichts ist going right Musik 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 Wow! Wundervolle Performance, Grüße nach Karlsruhe. Dieser Titel kommt auf jeden Fall in die Hall of Fame des Südwestens. Und ich freue mich auf eine weitere tolle Performance, die wir jetzt gleich hören werden. Sie ist Schauspielerin, Moderatorin, Buchautorin, Musicaldarstellerin und natürlich auch Sängerin. Ich freue mich sehr darauf. Auf ihrem brandneuen Album hat sie diesen Titel, auf den ich mich wirklich sehr freue. Ich kann mir schon vorstellen, wer das war in meinem Rücken, aber nach so vielen Jahren, wenn man sich kennt, nach 20 Jahren, schaut man einfach gar nicht mehr. Man erträgt es nur noch, Sie kennen es vielleicht auch von zu Hause. Isabel Varel mit Das Haus am Rand der Stadt. Ross, du setzt dich jetzt hin. Es war einmal ein Mädchen, sie war anders als du und ich. Noch nicht Frau, nicht mehr Kind und es weht sie der Wind. In das Haus of the rising sun. Die Mutter fühlt sich schuldig. Was hab ich bloß falsch gemacht? Im Elternhaus fehlt es eher an nichts. Mehr kann man doch wirklich nicht tun. Hey, Papa, ich glaub, ich sterbe. Sei still, hat er geschrien. Du bist nicht mehr mein Fleisch und Blut. Und verschließt und verschließt für immer die Tür. Es gibt ein Haus am Rand der Stadt. Man nennt es Rising Sun. Es ist Rettung, Abgrund, Endstation. Es ist Rettung, Abgrund, Endstation. Verlobener sind wie sie. Durchs Fenster scheint die Sonne. Jetzt kann sie schlafen gehen. Sie lebt nur in der Dunkelheit. In der Nacht, in der Nacht ist sie nie allein. Es war einmal ein Mädchen. Sie war anders als du und ich. Ich sag' allen Eltern dieser Welt. Wer wie sie ist, ist etwas wert. Wer wie sie ist, ist etwas wert. Das Haus am Rand der Stadt. Was für ein wundervoller Song. Dankeschön. Sehr schön gemacht. Aber du kennst ihn, ne? Natürlich. Das ist im Original Rising Sun. Und das war ja ein Lied, das ich damals als Nachwuchssängerin, als es noch nicht Deutschland sucht den Superstar gab, und jetzt der Sieger ist der Superstar. Da gab es normalen Nachwuchswettbewerbe. Und da habe ich das mit Gitarre immer gesungen. Ich liebe dieses Lied immer noch. Und für mein Album, was ja im Juni rauskommt, habe ich mir diesen Wunsch erfüllt mit meinem eigenen Text. Wunderschöne Version. Die geht wirklich unter die Haut. Dankeschön. Man kann gar nicht wegschauen. Nicht nur wegen der Optik, sondern auch wegen dem Gesang. Das ist wirklich wundervoll, Isabel. Eine Tasse Tee wird dein Album heißen. Wieso hast du das? Also ein Lied heißt eine Tasse Tee. Und ich habe überlegt, wie soll das Album heißen. Und da ich meine Geschichten aufschreibe und meine Gedanken, habe ich gedacht, eigentlich eignet es sich dazu, bei diesem Album sich einfach hinzusetzen, eine Tasse Tee zu trinken, vielleicht auch eine Kanne, oder geht auch Wein und Gin Tonic. Thomas, können wir auch solche Spaßgetränke trinken? Warum guckst du jetzt mich an? Weil es mit dir so Spaß macht. Apropos Thomas, ihr habt ja, abgesehen davon, dass ihr zusammen auch mal was trinkt, ein Gläschen Wein, was ich gerade höre, aber ihr habt auch schon gemeinsam gesungen. Ja, und der Thomas hat auch schon mal ein Lied für mich geschrieben und hat ein paar Songs mit mir produziert. Also wir kennen uns, wie gesagt, am Weintisch, im Studio. Und Thomas schätze ich einfach total, weil er so ist, wie man ihn kennt. Also wenn Sie jetzt zu Hause den Thomas live privat kennenlernen würden, wären Sie nicht überrascht, er ist so, wie er ist. Während es ja andere gibt, das wissen wir alle, von denen nennen wir jetzt die Namen nicht. Nein. Die sind ganz toll auf der Bühne und nett und so, und dann sind die zu Hause Arschlöcher. So, ich gebe das die. Oh mein Gott. Nein, der Thomas, bei Thomas, wir haben ja schon zusammen gekocht, Isabel. Habt ihr was, was gab's denn da? Da hab ich ein scharfes Teil gemacht. Ein Teilköriger, und ich hab die Garnelenspieße dazu gemacht. Ja, aber er wollte meinen geräucherten Tofu, meine Würfel nicht haben. Da kommt natürlich unser Essen von heute nicht so ganz ran. Danke, mit dir auch. Isabel, du sagst, erhalte das Kind in dir. Das ist so eine Aussage, die von dir kommt. Ist das irgendwie jetzt in der jetzigen Zeit besonders wichtig? Ich glaube, das ist in jeder Zeit wichtig, vielleicht im Moment ganz besonders, weil Kinder haben eine Spiritualität, die wir eigentlich irgendwie weg, durch die Erziehung wird die uns wieder weggenommen. Wir haben eine Vorstellungskraft. Und diese Vorstellungskraft, die brauchen wir, glaube ich, im Moment ganz besonders. Ja. Dass es irgendwann wieder so ist, wie es mal war. Und als wir uns heute getroffen haben für diese Live-Sendung und haben geprobt und so, da sind wir alle irgendwie so, wir wollen uns alle umarmen. Genau. Das fällt uns so schwer. Ein reduziertes Team hier. Ich finde das wirklich großartig, in welchem Rahmen ihr das hier macht. Ich freue mich einfach auf die Zeit, wo wir uns alle wieder umarmen können, ohne nachzudenken. Du sagst es. Wir rennen ja alle mit Desinfektionsmitteln. Also das ist furchtbar. Aber Isabel, du sagst... Wir wischen Mikrofone ab. Ich gehe aufs Klo und schließe noch nicht mehr ab. Ich spüle mit dem Ellbogen. Also es ist ganz komische Zeit. Aber ich bin bei denen, Entschuldigung, möchte ich das noch sagen, ich bin bei denen für diese Zeit nicht nur das bedeutet, die Entbehrungen, sondern die wirklich in einer ganz, ganz schlimmen Situation sind, wirtschaftlich gesehen und auch zu Hause in kleinen Wohnungen. Ich denke irgendwie an euch alle und ich hoffe, wir machen mit deiner Sendung heute Abend, Giovanni, die Menschen wirklich freudig. Aber wir kriegen das wieder hin. Wir kriegen das wieder hin. Ich glaube, dass wir gerade ganz, ganz vielen Menschen nach Hause ganz, ganz tolle Stimmung bringen. Aber von dort, von zu Hause kam auch hierher ganz viel. Nämlich ganz, ganz viele Videos von euch. Nicht nur Wünsche, sondern auch Videos, in denen ihr gesungen habt, in denen ihr performt habt, in denen ihr eine tolle Zeit hattet. Also man muss schon sagen, der Südwesten singt. Und so wie hier gesungen wird, ja, ich glaube, so singt keiner. Über uns die Sonne und aus der Mond. Irgendwo in Texas Gingen wir zu zweit Ich komm wieder, Mary Ist auf mein Weg weit Ich komm zurück nach immer, in the real life Ich weiß, du wirst mich nicht viel fragen Wie damals werde ich einfach sagen Hello again Ich sag einfach Hello again Nur ich möchte dich heute noch sehen Wow, waren die nicht mega? Sehr schön mal. Gratulation, wunderschön, meine lieben Zuschauer. Wirklich toll. Aber ich habe natürlich jetzt gerade die Moderation übernommen, weil es gibt einen Grund dafür. Es kommt jetzt ein Wünsch von jemand, die uns ganz besonders sind. Ich kenne sie auch und das ist deine Mama, Clementine. Sie wünscht sich ein ganz, ganz tolles Song und ich habe das von dir nie gehört. Okay. Jenseits von ihnen. Wow, okay. Würdest du das für uns alle machen? Ich glaube, du wirst deine Mama, Clementine, sehr glücklich machen. Wow, sehr gerne. Am planen natürlich am liebsten. Danke, Ressi. Wenn die Mama, wenn die Mama sich was wünscht, da sagt der Sohn natürlich sofort ja. Holger. Also auch an alle, an alle Familien da draußen, die gerade vielleicht nicht zusammen sein können, meine Kids zum Beispiel, vermissen meine Eltern sehr. Und andersrum ist das genauso. An alle Familien, die gerade ein bisschen auseinandergerissen sind, weil wir eben ein bisschen aufeinander aufpassen müssen, dass es nur über die Distanz geht. Ganz viel Liebe für euch ist La Valle de Leden. Se ritroviamo la felicità, Sarà la valle dell'Eden. In ogni strada, in ogni città, un bel raggio vedrai, un bel raggio vedrai, e nella valle dell'Eden sarai. Se hai l'amore là dentro di te, trovi la valle dell'Eden. E' un paese dove notte non c'è, troppo lontano non è. Cerchi la valle dell'Eden in te. Cerchi la valle dell'Eden in te. Grazie, Achen, vielen lieben Dank. Danke sehr. Da wird man ganz emotional, wenn's um die Mama geht. Grazie, vielen Dank. Die Alexandra aus Neu-Ulm und auch die Beate aus Inneger haben sich diesen Song gewünscht. Das freut mich sehr. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Wunsch erfüllen. Ja, die Familie ist auch bei dir ein großes Thema, oder? Auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtig. Also für mich das Wichtigste, was es gibt. Ihr haltet zusammen, du hast mir vorher noch erzählt, irgendwie nachts kam Papa irgendwie halt geklopft, jetzt müssen wir irgendwie raus, die Kamele irgendwie sind ausgebrochen, die müssen wir uns wieder einsammeln. War das so? Ja, das ist tatsächlich, also das Zirkusleben musst du dir so vorstellen, das ist kein Job. Du kommst aus einer Zirkusfamilie. Ich komme aus einer Zirkusfamilie, richtig. Und das ist halt kein Job, das ist ein Leben. Und da bist du halt 24 Stunden beschäftigt. Und das ist einfach das schönste Leben, was man sich vorstellen kann. Das ist auch, was einen immer wieder erdet und zurückholt, auf den Boden holt. Ist es denn so, dass die jetzt, seid ihr ständig am Telefonieren, können die es genauso wenig fassen, wie du, was alles passiert ist? Ja, natürlich. Also ich kam ja gestern zum ersten Mal nach Hause und die haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Du kommst ja als Superstar nach Hause. Und ich kann das auch nicht richtig glauben. Wirklich. Und es macht mich einfach stolz, dass ich so eine Unterstützung gehalten habe von meiner Familie und von den ganzen Leuten da draußen. Also es ist einfach nur schön, wirklich. Du hast es auch verdient. Hast du verdient. Genau, Rossi sagt's. Wirklich. Wir freuen uns wirklich sehr mit dir. Großen Erfolg gefeiert bisher und das wird noch, glaube ich, ganz, ganz lange weitergehen. Wir drücken dir die Daumen. Wir sprechen mit einem Mann. Wir verbinden uns mit einem Mann, der auch unfassbare Erfolge schon gefeiert hat mit seiner Band Santiano. Hier ist Björn. Buona sera. Ja, hallo. Schönen Gruß aus Lensburg. Danke dir. Wie geht's dir? Mir geht's gut, den Umständen entsprechend. Es geht mir, wie es allen anderen geht, die sich natürlich jetzt ein bisschen zurückziehen müssen. Ich finde, auf wundersame Art und Weise sind wir uns ja schon irgendwie ein bisschen näher gekommen. auch oder gerade, weil wir so ein bisschen räumliche Distanz wahren müssen. Also ich versuche, mich da genauso reinzufummeln wie alle anderen. Das stimmt. Ein ungewöhnlicher, sehr, sehr besonderer Moment, den wir gerade erleben. Ihr seid ja eine Riesentruppe. Du mit deinen Santiano-Jungs, mit euren Musikern, mit euren Technikern. Ihr seid ja eine Riesenfamilie, die da eigentlich zusammen ist. Ihr haltet natürlich trotzdem zusammen. Aber wie macht ihr das denn? Wie übersteht ihr gerade die räumliche Distanz? Es gibt, das machen wir schon lange, also diese Telefonkonferenzen oder mittlerweile machen wir es auch mit Video. Wir können zurzeit nicht so viel nach draußen arbeiten mit der Band, aber es gibt nach innen immer viel zu tun. Wir haben ein Album vorzubereiten, wir schreiben Songs, nicht zusammen, sondern jeder für sich. Wir bereiten auch immer Sachen vor, die da draußen noch so ein bisschen auf uns lauern. Also wir haben schon zu tun und machen das Beste draus, kümmern uns auch so ein bisschen um unsere Leute. Wir haben ja auch, wie du sagst, ganz viele Leute im Schlepptau, die natürlich jetzt wirklich in die Röhre gucken und die rausposanten Schnellhilfen, die funktionieren auch noch nicht überall und da muss man noch ein bisschen nachbessern und das ist alles irgendwie, das haben wir alles irgendwie im Auge und da gucken wir. Na gut, also wir hoffen natürlich, dass alles bald wieder normal weitergehen kann. Bis dahin passen wir natürlich alle auf, dass wir alle Regeln, Maßnahmen einhalten. Santiano MTV Unplugged, ab Oktober soll es eigentlich auf Tour gehen. Ich hoffe, dass es auch dabei bleibt. Wir wollen euch unbedingt live sehen. Es wird ein ganz, ganz besonderes Tournee, oder was erwartet uns? Es erwartet euch das, was wir vorbereitet haben, was also auch in dem Film schon zu sehen ist. Wir haben ein Orchester dabei, wir haben viele Musiker dabei. Ich glaube, wir sind über 20 Leute dann auf der Bühne. Wir haben, wo es geht, auch unsere musikalischen Gäste dabei, die wir auch in dem Film haben. Wir waren eigentlich soweit fertig mit der ganzen Geschichte, haben noch einen Probetag gehabt, den wir gar nicht mehr nötig gehabt hätten. Also wir waren startklar und ja, und nun verschieben wir auf Oktober und gucken, ob das alles hinhaut. Da müssen wir alle auf Sicht haben. Jörg Ring, Ben Zucker und nun kommen wir zu einem Mann, der vergangenen Samstag zum neuen Superstar wurde. Deutschland hat einen neuen Superstar und der hat auch einen super Titel dabei. Sein Song Eine Nacht ging heute von 0 auf 1 der deutschen Single Charts. Ich freue mich sehr, dass wir seine erste Performance als Nummer 1 Act hier bei uns haben, heute Abend. Uns haben jetzt per WhatsApp etliche Nachrichten erreicht von Marvin aus Rust und Timo und Pia aus Stuttgart. Die wünschen sich natürlich seinen Titel und diesen Wunsch erfüllen wir natürlich. Hier ist Ramon Roseli mit Eine Nacht. Oh, 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 oh Ich hab es immer geahnt, dass es mal passieren muss Hab es mir ausgemacht, mit allein sein ist jetzt Schluss Ich sag nur, eine Nacht und einen Tag mit dir Ja, wie schön wär das Ich umarm die Welt Das Leben macht mir Spaß Ich sag nur, eine Nacht und einen Tag allein Ja, ich schwöre dir Das halt ich nicht aus Bei dir bin ich zu Haus Ich kann es nicht begreifen, ich kann es nicht verstehen Gestern noch allein und heute ist es schön Am Ende bin ich König und du die Königin Und auf einmal merk ich, alles macht jetzt Sinn Der Himmel gibt sein Okay, oft hat man mir weh getan Wenn ich deine Augen seh, weiß ich, dass ich dir vertrauen kann Ich weiß, wir passen zusammen wie ne schöne Melodie Herzen im Gleichgewicht, so wie jetzt war's noch nie Ich sag nur, eine Nacht und einen Tag mit dir, ja wie schön wär das Ich umarm die Welt, das Leben macht mir Spaß Ich sag nur, eine Nacht und einen Tag allein, ja ich schwöre dir Das halt ich nicht aus, bei dir bin ich zu Haus Ich kann es nicht begreifen, ich kann es nicht verstehen Gestern noch alleine und heute ist es schön Am Ende bin ich König und du die Königin Und auf einmal merk ich, alles macht dir Sinn Sensationeller Titel Großartig gesungen, live gerade gesungen hier aus Mainz Und gut, live singen bist du ja gerade gewohnt Du hast ja auch bei DSDS immer live gesungen Und das war glaube ich auch ein wichtiger Grund, warum du das Ding so durchgerockt hast Also du hast ja wirklich keine Schwächen gezeigt in der ganzen Zeit, oder? Also ist mal ganz ehrlich von dir selbst ausgesprochen, ohne über dich zu Ohne zu sehr zu schwärmen, aber es ist mal spaßbasiert Du hast ja wirklich, ich habe jetzt die letzten Wochen durchgeschaut Da war jetzt nicht ein Hänger drin, wo ich gesagt habe, oh jetzt fängt er an zu wackeln, zu zittern Du hast schon über die Wochen hinweg ein großes Seskos dann aufgebaut Ja das Kuriose ist, das hat man mir vielleicht nicht angesehen, aber ich war wirklich genauso nervös wie jeder andere Kandidat Sobald es hinten zum Tor ging, ich habe Atemprobleme bekommen, das kann man sich gar nicht vorstellen Aber zum Glück hat alles geklappt, ich war richtig froh dann Und ich sehe dir an, bei dieser Performance, wie du hier rüberstrahlst, wie du uns anstrahlst Du bist unfassbar dankbar, oder? Für das, was passiert ist Und unheimlich, ich habe, wie gesagt, ich glaube niemand kann sich das denken Einmal da im Finale inzwischen das auch noch zu gewinnen Und dann auch noch mit Dieter Wohlen ein Album und eine Single zu machen Das geht überhaupt nicht Ich bin wirklich dankbar und richtig stolz und glücklich und kann nur Danke sagen Kannst du dir vorstellen, was jetzt so auf dich alles zukommt, oder wie malst du dir das denn aus, was jetzt passiert? Bei mir ist es tatsächlich so, ich lebe so ein bisschen im Hier und Jetzt Und ich bin ein ganz spontaner Mensch Und deshalb lasse ich gerne Sachen auf mich drauf zukommen Und habe einfach meinen Spaß Und deswegen bin ich gespannt, also bis jetzt machen mir die ganzen Tage richtig Spaß Wir hatten Videodreh und diese ganzen Sachen Und das ist einfach schön Und ich hoffe, dass es so weitergeht Das hoffe ich auch für dich Ich glaube, wir wünschen ihm allen nur das Beste Dankeschön Ramon, wir zeigen jetzt Und ich hoffe, dass auch dein Titel nächstes Jahr dann dazugehört Oder dieses Jahr Wir zeigen jetzt die meistgespielten Hits bei SWR 4 im Jahr 2019 Also die Lieder, die Sie rauf und runter hören wollten Hier sind die fünf Songs, die SWR 4 2019 am häufigsten für euch gespielt hat Mit Singen natürlich erlaubt Auf Platz 5 fragt Ben Zucker Wer sagt das? Wer sagt, es ist falsch, auf sein Glück zu vertrauen? Wer sagt, man kann nicht nur auf Hoffnungen bauen? Wer sagt, was gut und was richtig ist? Wer sagt das? Wer sagt das? Roland Kaiser schafft es aufs Treppchen und belegt mit stark Platz 3 Wir beide halten nie mehr wieder an Leben ohne Drehbuch, ohne Plan Wachsen über den Moment hinauf Wir sind stark und unbeugsam Und wir halten nie mehr an Leben einfach ohne Plan Halten einfach nie mehr an Wir sind stark und unbeugsam Auf Platz 2 schafft es Feuerherz mit Warum nicht jetzt? Warum nicht jetzt? Warum nicht heute? Warum nicht sofort? Warum nicht gleich? Warum nicht auf der Stelle? Hier Warum nicht du mit mir? Warum nicht jetzt? Warum nicht heut? Warum nicht sofort? Warum nicht gleich? Warum nicht auf der Stelle hier? Warum nicht du mit mir? Platz 1 und damit der meistgespielte Hit von SWR 4 ist Mosaik von Andrea Berg. Glückwunsch! Bunt und schön wie das Licht, das den Morgen verspricht. Dann wird aus jedem Stolperstein ein Diamant. Denn am Ende der Zeit bleibt auch vom härtesten Feld nur noch Sand. Glückwunsch Andrea Berg mit Mosaik, ein wirklich sensationeller Titel und auch im Radio natürlich rauf und runter gespielt. Andrea ist auch auf Tour momentan. Die Termine wurden natürlich verschoben, aber die findet man natürlich auch online. Und wir kommen jetzt zu einem wirklich sehr, sehr schönen Thema, was mich wirklich sehr berührt. Die Freundschaft, die seit Jahrzehnten besteht zwischen Italien und Deutschland. Es ist kein Geheimnis, dass ich italienische Wurzeln habe. Und vor allem in diesen Tagen jetzt spürt man, wie nahe sich diese beiden Länder sind. Zum Beispiel der Fußballclub Mainz 05, dessen Fans haben eine Fanfreundschaft mit Casertana. Das ist in Italien, das ist bei Neapel. Und die Fans des deutschen Clubs von Mainz haben Geld gesammelt für das Krankenhaus, was in Caserta steht, um da eben unterstützend irgendwie ein bisschen Support zu geben. Das finde ich eine wunderschöne Sache. Danke also an die Mainzer Fans auch dafür. Und eine schöne Sache ist auch noch von Elisabeth Schmidt gekommen aus Ellwang. Die hat uns eine E-Mail geschrieben und sagt, ihr Nachbar Nino, der hat einen Bruder. Und aufgrund der momentanen Lage sind die beiden gerade voneinander getrennt, ungewollt. Denn der Bruder von Nino ist in Italien gerade und kommt leider nicht hier rüber. Und für die beiden, für Nino sein Bruder und für Elisabeth und für alle anderen da draußen, die gerne italienische Musik hören, würde ich jetzt persönlich gerne eine Moderationskarte tauschen gegen mein Gesangsmikro und ein schönes Italo-Medley singen, so wie wir es kennen, aus der italienischen Pizzeria. Andiamo! Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero. Sono fiero. Sono un italiano. Un italiano vero. Ein Gatto bianco mit den Augen blü, ein Vecchio vaso auf der TV. In der Luft füße, die Gandele, zwei Räume rösen, rösen wie Mele. Un filtro contro la gelosia, è una ricetta per l'allegria. Legge il testino, ma nelle stelle, e poi ti dice solo cose belle. Mama, Mama, Maria, Mama, 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 Maria, Mama, Mama, Maria, Mama, Mama, Maria, Mama, 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 Maria, Mama, 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 Maria, Mama, 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 Mama Felicità è tenersi per mano e andare lontano La felicità è il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente La felicità è restare vicini come bambini La felicità, felicità, felicità È un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va È la pioggia che scende dietro alla tenda La felicità è abbassare la luce per fare pace La felicità, felicità Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va Come un pensiero che sa di felicità Senti, nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va Come un sorriso che sa di felicità Senti, nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va La felicità, nel'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va Senti, anche in Italia, hai una cosa in Italia? Alla solo come un'urlaubso o anche con la musica? No, io ho... Wir waren in Sanremo Oh! E' un vero spazio E' un vero spazio E' un vero spazio E' un'estima settimana in Florence und ich war noch in Venedig, also es ist toll, wirklich super, es war wirklich ganz großartig, ich liebe Italien. Das freut mich sehr, das freut mich sehr, dass es dir gefällt, also uns, muss ich sagen, hat das auch sehr, sehr gut getan, uns Italienern, ich habe viele Verwandte noch da, mit denen ich in Kontakt bin und ich muss sagen, die waren wirklich auch sehr berührt, dass wir hier von hier aus auch so eine Energie rüberschicken und auch zeigen, dass wir alle zusammenhalten in Europa oder letztendlich auch auf der Welt und diesen Zusammenhalt, dieses Zusammenstehen, das gab es natürlich nicht nur in Italien, das gibt es auch natürlich hier bei uns im Südwesten und in Deutschland. Auf dich und mich und auf das, was kommen wird, denn das, was war, ist vorbei, es gibt kein zu. So lange ihr den ganzen Tag lang durch die Gegend fahrt, betrete ich weder den H&M noch Edeka, trink Sterilium und Fresspillen wie Hagen Daz, schmeiß die Playzie an und zocke einfach GTA. Ja, wir wollen alles nicht. Wir wollen eigentlich der Funkstille, der Stille allgemein, so ein bisschen Leben in unseren Ort Dansenberg bringen. Wir wollen das jetzt, was wir wollen. Muss die Frage wohl grenzenlos sein? Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man Blieben darunter, verborgen und dann Würde was uns groß und wichtig erscheint Wird sich nicht mehr schicken Liebe Bewohner, ich bin Annabelle, elf Jahre und wohne in Wolfschlum Ihnen ist bestimmt voll langweilig und mir auch Deshalb schreibe ich euch jetzt jeden Tag Briefe Wenn Sie wollen, können Sie mir zurückschreiben Ich würde mich voll freuen Bald kriegen Sie wieder Besuch versprochen Und zwar von mir Walk on, walk on Dann gib ich euch ein Huss In your heart And you'll never walk alone And you'll never walk alone And you'll never walk alone Hey! 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 Untertitelung. BR 2018 Viele kleine Viren schwücheln hier herum, schwücheln hier herum. Drum nimm meinen Mundschutz, das ist gar nicht dumm. Wundervolle Clips haben uns erreicht. Sie sehen können, fünf Minuten volle Attraktion hier, volle Power, toller Gesang von so vielen Menschen und tolle Aktion mit Trompeten. Du hast auch gerade schon gesagt, hast du aus Italien genauso gesehen mit den Trompeten. Also wirklich tolle Momente. Und der Südwesten kann so richtig singen. Wir haben uns in den letzten Tagen und Wochen gesagt, schicken Sie uns Videos, zeigen Sie uns, wie gern Sie singen, wie gut Sie singen. Oder auch nicht einfach nur, dass Sie Spaß dabei haben. Und wir haben so viele Videos bekommen, die versuchen wir jetzt in eine Minute 57 reinzupacken. Hier also die größten Talente aus dem Südwesten. Untertitelung. BR 2018 Niemand feiert dieses Leben so wie wir, Momente für die Ewigkeit, Gefühle wie ein buntes Feuerwerk. Hallo again, ich sag einfach Hallo again, du ich möchte dich heut noch sehen, da wo alles begann. Corona vorbei? Ja, der Südwesten kann singen und wie. Und wir erfüllen jetzt noch einen weiteren Musikwunsch. Die Leonie aus Reutlingen hat sich etwas gewünscht und zwar ein Song von Glasperlenspiel. Den hören wir auch gleich noch, aber erstmal wollte ich nochmal von Rossi wissen. Bevor wir zur Musik kommen, neben dem Singen und Moderieren, was du ja wirklich toll machst, gibt es eine neue Leidenschaft im Hause Anthony, die wäre Backen. Ja, ich back jeden Sonntag, für alle meine Fans, die das sehen möchten auf Instagram und Facebook. Und ja, ich habe bei einer Backshow mitgemacht, habe ich mich zutiefisch gefreut, dass ich überhaupt so weit gekommen bin ins Finale. Und ich habe wirklich eine Leidenschaft jetzt, eine neue Liebe gefunden und ich back sehr gerne. Gibt es jetzt zu Ostern was Spezielles? Es gibt sehr, sehr was Tolles zum Ostern, aber das kriegen die Leute dann am Sonntag, ne? Also Sonntag auf jeden Fall, spätestens Instagram-Account von Ross abonnieren und unbedingt... Und es gibt natürlich viel zu lachen, weil ich... Du machst es in deinem Style. In meinem Style, was nicht immer gut ist. Aber lecker ist es. Ich weiß, wie toll du backen kannst und wir haben eine tolle Schalte, die jetzt noch steht, da freue ich mich sehr. Wir schalten nämlich an den Bodensee, genauer gesagt nach Stockach zu zwei Superstars aus dem Südwesten. Da sind die schon, die zwei Hübschen. Und sie haben mit ein geiles Leben oder geiles Leben einen Riesenhit, ein Evergreen kreiert, muss man sagen. Das sind Carolin und Daniel von Glasperlenspiel, hallo! Hi! Hallo! Schön, euch zu sehen! Hier aus dem Studio grüßen wir euch alle. Wow, aber laut hört sich an als Ferns, mindestens 50 Leute. Ihr seid krass! Ja, wir sind ganz schön laut. Wir sind keine 50, aber wir sind ja hier zumindest vor der Kamera zumindest 5. Aber sehr, sehr laut. Wie geht's euch denn? Sehr gut. Alles super. Wir sind fleißig zu Hause. Also wir machen gerade ein bisschen Musik und nutzen die Zeit einfach so sinnvoll es geht. Ja, ich finde es mal ganz nett, auch ein bisschen ruhiger. Ich werde nicht so genervt. Das heißt, ich kann tatsächlich auch mal Tage und Nächte im Studio verbringen. Das ist auf jeden Fall das Positive daran. Aber ich freue mich dann auch schon wieder, wenn es dann bald mal rausgeht. Und das Gute ist, man kann auch in Jogginghose arbeiten. Es ist nämlich völlig egal, was man obenrum anhält, also was man unten dran kann. Das stimmt, das hatte ich vorher auch schon als Thema bei der Probe. Eigentlich muss man nur vom Kopf bis zum Gürtel eigentlich einigermaßen okay aussehen. Und darunter ist es unterm Tisch versteckt, wenn man diese Schalten macht. Das stimmt. Sagt mal, ihr nutzt also die Zeit kreativ, ihr habt eine gute Zeit, aber ihr arbeitet auch weiter an eurer Musik. Was können wir denn erwarten? Was kommt denn bald Neues? Wir haben ein neues Ziel am Start und das kommt auch so ein bisschen aus der Zeit. Das ist eine Ode an die Musik, weil man merkt ja dann doch wieder, dass gerade in solchen Zeiten, wie sie gerade irgendwie stattfinden, dann doch wieder ein Element da ist, was uns alle miteinander connectet und das ist die Musik. Und die begleitet uns eigentlich auch schon das ganze Leben, seit man denken kann. Und deshalb haben wir, ja, nächste Nummer wird eine Ode an die Musik. Immer da ist sie, genau. Und ich glaube, das merkt man einfach jetzt ganz besonders, dass Musik irgendwie alle so zusammenschweißt und einem auch Kraft gibt durch die schwere Zeit. Und deswegen haben wir uns gedacht, irgendwie so eine Liebeserklärung an die Musik ist jetzt einfach gerade so fast gut in die Zeit. Okay, das ist schön. Das klingt sehr, sehr gut. Und was ich von euch natürlich am liebsten höre, ist Musik. Und die liebe Leonie aus Reutlingen, die wünscht sich nämlich einen Song von euch. Und zwar nie vergessen, da habt ihr uns wirklich eine spezielle Version nur für uns heute geschickt. Eine sensationelle Akustikversion und die hören wir jetzt mal rein. Vielen Dank. Ich werde dich für immer vermissen. Ich werde dich nie vergessen. Jeden goldenen Tag werde ich für immer vermissen. Egal was wir getan haben, was wir gesagt haben, vergesse ich nicht. Ich vergesse ich nicht. Ich wollte nie, dass uns das passiert. Auf dem Weg zu unserem Glück haben wir uns verirrt. Ein kleines Wort wurde zum großen Streit. Das hab ich wirklich nicht mehr. Gib mir mehr Freiheit gemeint. Nichts ist so, wie es gestern war. Ich wäre froh, wär sie jetzt noch da. So hart bereue ich diesen einen Tag. Ich werde dich für immer vermissen. Ich werde dich nie vergessen. Jeden goldenen Tag werde ich für immer vermissen. Ich werde dich für immer vermissen. Ich werde dich nicht vergessen. Jeden goldenen Tag werde ich für immer vermissen. Egal was wir getan haben, was wir gesagt haben, vergesse ich nicht. Ich vergesse dich nicht. Noch nicht vorbei. Vielleicht ist es noch nicht vorbei. Ich wünschte es wär noch nicht vorbei. Unsere schöne Zeit, unsere schöne Zeit werde ich für immer vermissen. Ich werde dich für immer vermissen. Ich werde dich nie vergessen. Jeden goldenen Tag werde ich für immer vermissen. Ich werde dich für immer vermissen. Ich werde dich für immer vermissen. Egal was wir getan haben, ist wie gesagt, dann vergesse ich nicht. Ich vergesse dich nicht. jajjud, ja Carboniku quell ich mir da geh, orb nummer mich. oder mit euch vertret zum mal uns noch mal ihr seht, Ich verschmeck dich nicht. Ich vergesse dich nicht. Ich vergesse dich nicht. Wow! Vielen Dank an euch zwei, los an den Bodensee und wir machen weiter mit Musik. SR4, die Radiostruktion SR4 Rheinland-Pfalz und auch Baden-Württemberg, übertragen am Samstag von 13 bis 17 Uhr ganz, ganz viel Musik. Und zwar all die Wünsche, die heute bei uns hier nicht untergekommen sind, also unbedingt reinhören. Und es gibt noch einen Kollegen, der am kommenden Samstag auch Musik macht, aber nicht im Radio, sondern im Fernsehen. Ciao, Andi! Ja, ciao, Giovanni! Leider können wir alle nicht in einem Raum sein, müssen zu Hause bleiben, aber du machst diese Sendung, wenn ich das sagen darf, sehr, sehr schön, sehr unterhaltsam für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn wir schon nicht im selben Raum sind, dann können wir so miteinander kommunizieren. Ich stehe ja auch nur in Gedanken vor meinem Bella Italia. Ja, meine Frau und ich sind auch zu Hause, keine Auftritte, aber sie hat einen neuen Kosenamen für mich. Wenn ich bei der Hausarbeit helfe, dann sagt sie seit Neujahr immer zu mir, Subito, Subito, klingt das nicht? Ja, ich bin ganz begeistert. Also, euch wünsche ich jetzt, dass ihr noch einen schönen Abend habt. Ich hoffe, wir sehen uns beim SWR am Samstag, eine weitere Folge von Wir halten zusammen und das tun wir auf jeden Fall. Giovanni, alles, alles Gute und gesund bleiben. Bis zum nächsten Mal. Servus! Vielen lieben Dank, Andi. Ein ganz, ganz herzlicher, toller Kollege. Liebe Grüße auch an deine Frau. Subito, Subito sage ich auch, denn wir machen weiter und wir sind 2020 geworden. Und ich möchte Danke sagen. Liebe Zuschauer, danke an Sie zu Hause. Sie sind wirklich die Größten. Diese Sendung der Südwesten-Sing, den haben Sie gemacht. Diese Sendung haben Sie heute gestaltet mit Ihren Wünschen, mit Ihren Videos, mit Ihrem Input. Und ohne Sie hätte diese Sendung überhaupt keinen Sinn gemacht und hätte wahrscheinlich gar nicht stattgefunden. Ich sage Danke an Sie, danke an Sie alle zu Hause und danke für die Lieder. Und dann schon lang, schon lang, bevor ich richtig sprach. Ich fragte mich oft, wer die Klänge erfand, wer hat das Geheimnis der Töne erkannt. Nun, wer immer es war, ich bleib immer sein Fan, das ist klar. Und ich sag Danke für die Lieder, die in mir klingen. Danke für den Spaß am Segel. Was wär dieses Leben? Was wäre Trauer und Glück ohne Musik? Was wär die Welt? Was wären wir ohne sie? Darum sag ich Danke für die Lieder, für jede Melodie. Ich bin ein Glückskind, das Leben meint es gut mit mir. Am liebsten würde ich laut vor Freude singen. Diese Welt ist so schön und so reich. Danke für die Lieder, die in mir klingen. Danke für den Spaß am Singen. Was wär dieses Leben? Was wären Trauer und Glück ohne Musik? Was wär die Welt? Was wären wir ohne sie? Darum sag ich Danke für die Lieder, für jede Melodie. Darum sag ich Danke für die Lieder, für jede Melodie. Liebe Zuschauer, danke für die Lieder. Ich sage Danke an meine wundervollen Gäste, vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ich sage Danke an dieses großartige Team, an jeden, der an dieser Sendung mitgearbeitet hat. In wenigen Tagen ist hier wirklich eine tolle Sendung entstanden. Und ich sage Danke an Sie zu Hause, für die tollen Wünsche, für die tollen Videos. Ohne Sie wäre das hier alles nichts wert gewesen. Ich sage noch eins, das Leben ist schön. La Vita e Bella, der Südwesten singt. Arrivederci und bis ganz bald. Gemeinsam statt einsam. Nicht vergessen. Ciao. Tschüss. Super.